Ja, hier ist eine Schule im Weg. Das gibt es ja nicht. So, komm. Zumindest schon mal eine Ebene höher. Und hier dann den Rest. Perfekt. Es geht doch. Es geht doch. Man glaubt es nicht. Hm. Jetzt müssen wir hier nochmal irgendwie hochkommen. Hier ist ein Pfeiler oder so. So. Auffahrt. Ungültige Form. Ja, ist mir klar, ne? Ist mir klar, Spiel. Boah, das soll ne Auffahrt werden, Leute. Nicht ne Abfahrt. Ungültige Form. Alles im Weg und... Wie ich sowas hasse. Wenn das wieder nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Dann mal die ganze Scheiße nochmal weg. So. Ungefähr die Höhe will ich nochmal auf- und abfahrt haben. Ist das denn zu viel verlangt? Dann machen wir halt einen größeren Bogen. Der uns da eventuell noch was ermöglicht. Ja, dann bleibe ich halt hier unten. So, danke. Es geht doch. Sieht zwar jetzt nicht so schön aus, aber wir können es mal gelten lassen. So. Abfahrt. Ort ist bereits belegt. Wat? Stört mich hier schon wieder. Ach, der Ding. Können wir auch abwärts hier? Ja, wir können auch abwärts. Boah, was steht denn da schon wieder? Ei, 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 ei. Ja, die müssen wir wohl eins weiter versetzen. Boah. Passt hier nirgends mehr drunter? Ort ist bereits belegt. Ah, da ist ein Park. Sagt es doch halt mal einer. Das sehe ich doch nicht. So, scheiß drauf. Rein damit. Und jetzt. So, kann ich jetzt hier gemütlich weiterbauen? Ort ist bereits belegt. Wat meckert denn hier schon wieder? Pff. Ja, klar ist der Ort schon belegt. Boah. Hier ist ne Auffahrt. Ich brauch ne Abfahrt. Leute, lasst mich endlich mal ne Abfahrt machen. Wie ist dat denn so schwer? Anscheinend schon, weil... Sonst hätte ich die ja schon lang gemacht. Boah. Geht doch. Wer hat gesagt, Schönheitspreise muss das Ding nicht gewinnen. Hauptsache, es ist funktionabel. So. Und die Autobahn ist hier natürlich schon gut. Äh. Hier lässt sie mich auch nicht hin. Komm. Probieren wir's die hier. So. Gut. Dann können wir... Haben wir da schon mal ne Ecke festgemacht. Wo wir hier wieder los machen können. Boah. Hier steht auch schon wieder so viel rum. So. Versetzen. So. Es geht doch schön langsam. So. Auffahrt. Jetzt muss ich hier noch irgendwo ne Abfahrt rein knüppeln. Völler zu steil. Ort belegt. Ja gut. Dann machen wir halt so. Ist mir auch Wurst. So. Vielleicht mal eins abwärts. Wäre vielleicht auch mal was. So. Dann kommen wir halt in der Nebenstraße runter. Dann sind wir hier eh schon so gut wie fertig. Boah. Tut das gut. Tut das gut. Das Wissen darum. Dass man bald fertig ist. So. Und dann hoffen wir mal. Boah. Immer diese scheiß ungültige Form. So. Geht doch. Wir haben es endlich hinbekommen. So. Jetzt können wir uns drüber freuen. Dass der Verkehr sich da endlich mal aufgelöst hat. Ja. Wir haben es hinbekommen. Es geht ja doch noch. Oh. Boah. Shit. Alter. So was hält natürlich immer gewaltig auf. Aber es geht. So. Da kommt man ja direkt ins Schwitzen. Mit so was. So. Hier im Industriepark funktioniert schon langsam Alet. Verfügbare Arbeitsstellen. Sind hier auch noch die ein oder andere. Die ist auch noch vorhanden. Arbeitslosenquote von drei Prozent. Das ist aber schön. So. Aber Alet kann sich hier noch ausbauen. So. Dann können wir ja weiter die Straßenkarte studieren. Um vielleicht noch ein paar Knötelchen zu öffnen. Die sich da eventuell noch entwickelt haben. Was haben wir denn überhaupt? Bahnauslastung. Zug wird 7000. Benutzen 7000 pro Woche. U-Bahn 10.871 pro Woche. Also läuft. Zug jetzt nicht so viel. Aber wieso denn auch? Zugverkehr ist jetzt nicht so interessant. Und Flugzeuge werden ja doch auch noch benutzt. Das ist schön. So. Das waren die drei Prozent. Und ich wollte ja hier nochmal weitermachen. So. Wieso hier noch? Ein Dingenskirchen. Wer? Ein Stauherd. Verstehe ich jetzt nicht gerade. Nicht wirklich. Hm. Das muss mir irgendwann irgendjemand mal erklären. Bei zwei Reihen zu stehen ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Aber die Trasse wird jetzt gut genutzt. Der ganze Verkehr hat sich hier ein bisschen aufgelöst. Hier muss ich glaube ich noch sechsspurig werden. Da helfe ich noch mal nach. So. Hier nochmal. Hier nochmal. Haben wir hier nochmal nachgeholfen. Minimiert zwar wieder meine, meine Dingens hier. Meine Fahrbereitschaft. Aber läuft. Oh. Die Bushalte stört ein bisschen. Die ragt ja direkt in die Kreuzung rein. Vor allem hier kommen ja immer im Sekundentakt Busse an. Ist fast ein bisschen zu viel, was hier Busse lang kommen. Aber egal. Das löst sich auch noch auf. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. So. Wir machen wieder Adlerauge. Ad, Adlerauge. Ja. Läuft. Sieht zwar hier noch nicht so rosig aus, aber wird besser. Hier die Auf- und Abfahrten werden noch besser genutzt. Hier ist doch nichts los. Wieso rot? Ach egal. Scheiße ich jetzt mal drauf. Und die Kreuzung wäre auch rot. Mhm. Ja. Vollends verständlich. Wieso die rot ist. Nicht jetzt unbedingt offensichtlich gewesen. Die ist auch noch ein bisschen rötlicher. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie handeln müsste. Da auch nicht. Hier haben wir immer noch ein Stauproblem. Das will sie nicht ganz lösen. Deswegen gibt es hier nur eine Lösung. Also der Kreisverkehr muss da auch noch dran. Das muss einfach mal. Hey, wenn man unten schon da dran gebaut hat. Wieso sollten wir hier nicht auch noch dran bauen? Das ist eine gute Frage. So. Dann löst sich das vielleicht auch noch im Wohlgefallen auf. Das wäre schön, wenn das funktionieren würde. So. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wieso ist diese Stromleitung nicht angebunden? Keine Ahnung. Aber wir reißen sie weg. Weil das restliche Wohngebiet ja doch Strom hat. Irgendwo her. So, aber Strom ist ja nicht unser Hauptziel. So. Hier ist doch nichts los. Wieso ist dann Stau? Ne? Also hier haben wir eigentlich vorher schon die Autobahn verlegt. Deswegen war die eigentlich schon clever. So, die ist jetzt auch nicht handlungsbedarfmäßig mit hoher Priorität zu versehen. Die jetzt auch nicht wirklich. Naja, man könnte schon sechs Spurikion hier ausbauen. Aber möchte man das? Die hier wird auch rot angezeigt. Obwohl auch nicht so viel los ist. Die hier. Die hier ist auch noch rot. Ja, dann bauen wir die zumindest zweispurig aus. Dann haben wir zumindest ein bisschen was geregelt. So, reiße ich zwar wieder einige Gebäude weg. Ist mir auch gerade Wurst. Dann löst sich da vielleicht noch ein bisschen was auf. Hier kann ich nichts mehr größer machen. Dann müsste ich schon andere Bauvorhaben schon wieder... durchziehen, um da was zu regeln. So, hier... Hier habe ich eigentlich noch eine Autobahn. Die ich nicht nutze. Wieso nutze ich hier eigentlich die Autobahn nicht? Hier fährt viel runter. Fährt dann nach links. Okay. Wartet mal. Na, kann ich eigentlich laufen lassen. Muss ich ja nicht unbedingt hier stoppen. Dann kann ich eigentlich hier nochmal... sechsspurig hier rüber bauen. So, mit nem... Ich suche mir natürlich die Ecke, wo wieder was rumsteht. So, ich hoffe, ich komme da unten irgendwo durch. Wohl eher nicht. Muss ich halt nochmal ein Stück abreißen hier. So, erstmal abreißen. Straße weiter verlegen. So, hier in das andere Gebiet rein. Irgendwo. So, ungefähr. Ein Stück höher. Joa. Muss mal über die Zugverbindung hier drüber kommen. Und dann geht's auch schon wieder abwärts. Mit uns. So, ungefähr. Dann haben wir das einfach mal verbunden. Dann wollte ich da noch eine Autobahn haben. So, einfach mal, dass es verbunden ist. Ach ja, und dann wollte ich die Abfahrt hier noch machen. Die Auf- und Abfahrt. So. Auffahrt, komm, 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 enttäusch mich nicht. Geht doch. Zip. Einmal runter. Jetzt wird aber der Platz ein bisschen eng. Ah, shit. Ah, komm. What? Ort ist bereits belegt. Was willst du denn von mir? Kann doch nicht wahr sein. Ab und an glaube ich es aber. So, geht doch. Und jetzt die ganze Sache umdrehen und dann passt es. Und jetzt auf der anderen Seite habe ich leichteres Spiel, würde ich sagen. Äh, war eine Auffahrt. Da baue ich hier eine Abfahrt. So, schon mal eins niedriger. So, und dann mit einer wunderschönen Kurve hier reinfädeln. Das haben wir aber schön gemacht. So, hier natürlich dasselbe in die andere Richtung. Oh yeah, oh yeah. So geht's nicht. Aber, hallo, so vielleicht. Ja, sieht wieder merkwürdig aus. Aber, ich hoffe, dass es seinen Sinn und Zweck erfüllt, wenn die hier rüber wollen.